so es tut mir leid ich muss immer die videos drehen die gucken immer zu aber hat er gesagt aber danach wollen sie die videos alle haben genau das ist das video jetzt für mich die anderen kriegen es nicht dürfen zwar damit reden aber die kriegen es nicht so das ist der hafen dahinten ich weiß nicht ob ihr das seht der hafen ist ja da so warte mal ganz kurz ich muss mal ein bisschen vielleicht die kamera so ist dann so klappt nicht doch da hätten sie sie denn das ist der hafen ja hafen hafen joe heute wir müssen jetzt gleich tanken wir fahren jetzt gleich nach hause es ist glaube ich irgendwas mit wie spät haben wir jetzt halb vier halb vier rotterdam beendet beendet gegessen haben wir habt ihr gesehen in dem vorigen video war super doch ich komme wieder du musst erst mal fragen warum er nicht mit kommt oder warum er nicht mit kommt so was was war das problem bei dir das problem warum du nicht mitkommen wollen beim nächsten mal vielleicht der wohin denn da nicht hat die dritte schon um glaub mir mal dass sie zuhause am feiern sind dazu wenn du weg bist so hat sich zum letzten mal noch kommt also ich fand es ganz gut das ist immer gut ja natürlich haben wir wieder zu wenig gesehen weil hat schon die nummer eins wieder nach hause will hat schon um eins ist der hat schon nummer eins ist er die familie die familie ist schon wieder am weinen ja genau genau das machen wir so ein bisschen klein wie dir noch so ja wir machen noch ein foto jetzt erst jetzt ganz kurz ganz kurz im hintergrund sieht ihr unsere mopeds genau genau da sind vier stück in einer reihe bis dann tschüss